Epsteins Netzwerk enthüllt. Darunter der israelische Agent Ari Ben-Menasche behaupten, dass Epstein für den israelischen Geheimdienst Mossad gearbeitet hat. Das habe ich schon öfter gehört. Dabei soll er prominente Persönlichkeiten angelockt, bei ihren Straftaten gefilmt, anschließend erpresst und so zu Marionetten des Mossad gemacht haben. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ihr spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Und Liebe geht natürlich raus an die ganze Community. Und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein. Es geht heute um die Epstein-Liste. Epsteins Netzwerk enthüllt. War er ein Agent Israels? Ich bin gespannt auf das Video auf jeden Fall. Gespannt, was hier erzählt wird. Wir gehen rein. Ich labere nicht zu groß rum. Daumen nach oben da, lass ein Kommentarchen schreiben, Kanal abonnieren und Peter geht los, aber sowas von. Ja, jetzt willkommen zum Lion Media. Erste Video von Lion Video, äh, Lion Media. Bin ich gespannt hier. Date für Freitag, den 5. Januar 2024. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet und konntet die Feiertage genießen. Heute blicken wir nach einer kurzen Pause wieder in die feindlichen Staaten, genauer gesagt nach New York City, wo das zuständige Gericht am Mittwochabend die gesamten Akten des Epstein-Falls veröffentlicht und damit hunderte, teils sehr bekannte Persönlichkeiten in Schwierigkeiten gebracht hat. Ja, hier auf Lion Media beobachten wir den Fall des pädophilen Multimillionärs, der sich angeblich im Gef... ...erhängt haben soll, seit Mitte 2019, da mit diesem Krimi während der Trump-Administration zum ersten Mal Licht ins Dunkle der Machenschaften... Ich glaub nicht daran, dass er sich selbst erhängt hat. Da gibt's ja auch einige Informationen, die rausgekommen sind, wo Leute sagen, dass die Schlaufe, die auch in der Zelle war, quasi viel zu niedrig gehangen war und er sich hätte eigentlich mit Füßen abstützen können und das dann eigentlich ein menschlicher Reflex wäre auch und dass man sich so gar nicht richtig erhängen kann. Ich glaub, die haben den weggemacht, weil er zu viel Informationen hatte, gerade über die mächtigen Menschen der Welt. So, was denkt ihr? Denkt ihr, er hat sich selbst umgebracht? Dann haut mal eine Eins rein. Wenn ihr sagt, nee, vermute ich nicht, ich denk mal, die haben den vielleicht umgebracht zwei. Es ist eigentlich eine gute Geschichte auf jeden Fall, dass mehr Awareness für das Thema geschaffen wurde, weil es leider so ist, dass auf der ganzen Welt Kindern ganz viel Scheißdreck passiert und sich keiner wirklich für die stark macht und gerade Regierungsapparate und die mächtigen Menschen der Welt gefühlt das einfach so durchgehen lassen und seit diesem Skandal auch bewiesen ist, dass die quasi damit partizipieren, was auch dann Sinn machen würde, wenn die diese ganze Scheiße den Leuten immer wieder durchgehen lassen und da nicht wirklich was gegen tun. ... in die Öffentlichkeit zu treten und ihre Geschichten zu erzählen, wobei sie Namen nannten, mit denen die meisten Menschen nicht gerechnet haben. Allerdings wurden viele Details vom Gericht zunächst unter Verschluss gehalten und wären im Laufe des Prozesses offengelegt worden, wenn Epstein nicht auf wundersame Art und Weise in seiner New Yorker Gefängniszelle verstorben wäre, bevor er gegen sein Netzwerk hätte aussagen können, um seine Haftstrafe abzumildern. Davidser sagt, die wichtigen Namen wurden längst entfernt. Ende 2023 hat eine Richterin allerdings entschieden, dass die Öffentlichkeit ein Recht darauf habe. Kann ich mir auch vorstellen, Digga, sag ich dir ehrlich. Also die Namen, die wirklich wichtig sind, kann ich mir gut vorstellen, dass die... Aber man muss nur ganz klar einfach ganz logisch überlegen, wenn es wirklich Menschen gibt, die große Teile der Welt in der Hand haben und viele Dinge steuern. Dann würden die nicht zulassen, dass so eine komische Liste jetzt nach Jahren rauskommt, wo deren Namen mit draufsteht. Weißt du, was ich meine? Also so blöd sind die auch nicht. Die Details zu erfahren. Aber ich denke mal, der ein oder andere muss dann jetzt über die Klinge auch springen. Weißt du, so ein... Wie heißt er? Clinton und so, die müssen jetzt dran glauben, Digi. Weshalb die Dokumente vor zwei Tagen freigegeben wurden. Zunächst sei gesagt, dass der Großteil der 170 in den Dokumenten erwähnten Namen Privatpersonen, meist Geschäftsleute sind, die durch die Nennung eine enorme Rufschädigung in ihrem Umfeld erleben dürften, für uns persönlich allerdings nicht sonderlich relevant sind. Zudem wurden bisher noch nicht alle Namen genannt, da die Dokumente schrittweise veröffentlicht werden. Einer schreibt gerade, auch das, das an die Öffentlichkeit gekommen ist, ist schon bedacht so gemacht. Also würde ich dir teilweise recht geben, aber auch teilweise widersprechen. Weil ich bin mir sicher, dass die ein oder anderen Sachen an die Öffentlichkeit rausgekommen sind, aber die wollten nicht, dass die rauskommen. Auch so durch Leute wie Julian Assange oder mit Wikileaks auch und so. Das sind schon Leute, die Sachen an die Öffentlichkeit gebracht haben, die eigentlich nicht an die Öffentlichkeit sollten. Und dann wird natürlich das Beste draus gemacht. Dann sucht man sich halt ein paar Sündenböcke, die dann halt dran glauben müssen. Aber einige werden natürlich auch weiterhin beschützt. Aber ich glaube schon daran, dass nicht alles nach Plan läuft. Das wäre viel zu einfach. Es gibt auch Menschen, die da dagegen arbeiten. Es gibt auch Menschen, die bereit sind, mit ihrem Leben dafür zu bezahlen. Und Edward Snowden zum Beispiel auch. Und Dinge ans Licht zu bringen. Und dann müssen die halt gucken, dass die diese Misere dann wieder in eine richtige Richtung reinbekommen. Also ich sehe das nicht alles so. Ich sehe das nicht ganz so, dass jetzt die ganze Welt in der Hand von irgendwelchen Mächten ist und es keine Leute mehr gibt, die da irgendwie dagegen arbeiten. Wenn das so wäre, dann wären wir schon viel weiter und schon viel tiefer in der Kontrolle. Dann würden wir quasi schon im Film die Matrix leben. Da gibt es immer wieder Leute, die versuchen, den Jungs innen einen Strich durch die Rechnung zu machen. Und deswegen ist das immer wieder ein Battle so. Es ist immer wieder ein Battle zwischen Gut und Böse, meiner Meinung nach. Auch auf spiritueller Weise. Für die nächste Woche erwarten uns also weitere Enthüllungen. Wichtig ist aktuell, dass die Papiere belegen, dass Epstein zusammen mit seiner Komplizin Ghislaine Maxwell, die seit 2022 im Gefängnis sitzt, einen organisierten Pädophilenring betrieben hat. Dabei lockte Maxwell Teenager mit gut bezahlten Massagejobs an und manipulierte sie dann immer weiter an die Missbrauchsfalle, während Epstein die Vernetzungsarbeit in den höchsten Kreisen der Vereinigten Staaten und darüber hinaus leistete. Warum die beiden das taten, kommt aktuell auch ans Licht, doch dazu gleich mehr. Zuerst werfen wir einen Blick auf die Liste der Prominenten, die Epsteins Opfer bei ihren Aussagen vor Gericht mit seinem Netzwerk in Verbindung gebracht haben. Zunächst wäre hier der Bruder des aktuellen britischen Monarchen, Prinz Andrew zu nennen. Dieser hatte bisher jegliche Verbindung zu Epstein bestritten, und sogar behauptet, dass die Bilder, die ihn mit Ghislaine Maxwell und einigen Missbrauchsopfern zeigen, gefälscht seien. Krass. Das hat ihm allerdings niemand abgekauft und als der Skandal in Großbritannien immer größere Wellen schlug, entzog seine Mutter, die Queen Elizabeth, dem Prinzen den Adelstitel und verstieß ihn damit quasi aus der Königsfamilie. Ach du Scheiße, echt? Das hab ich gar nicht mitgekriegt. ...veröffentlichten Zeugenaussagen belegen, Die hängt aber auch ganz tief in der Scheiße oder hangen ganz tief in der Scheiße. Hängt jetzt wahrscheinlich noch tiefer in der Scheiße, denn das Leben ist nach dem Tod nicht vorbei. Aber das ist auch schon wieder so, das ist auch sehr heuchlerisch eigentlich so. Ich will gar nicht wissen, was die alles angestellt hat. So. Andrew ein häufiger Gast auf Epsteins Insel und in seinen Privatanwesen war, mindestens ein minderjähriges Mädchen gegen ihren Welten zum Geschlechtsverkehr zwang und sich laut der Aussage eines Opfers sogar an Orgien mit Teenagern beteiligte. Aus Großbritannien hören wir bereits, dass die Enthüllungen wie eine Bombe einschlagen und König Charles unter Druck setzen, Andrew aus seinem Anwesen werfen und eventuell sogar der Polizei übergeben zu lassen. Ich persönlich glaube, dass Andrew bei weitem nicht das einzige Mitglied des britischen Königshauses ist, das an solchen Verbrechen beteiligt war. Vielleicht... So, da sind wir einer Meinung, mein Juts da. ...ist der Fall von Prinz Andrew, nur der Auftakt eines weitaus größeren Skandals. Ja, eine weitere überaus prominente Person, die hier mit Epstein in Verbindung gebracht wird, ist der ehemalige US-Vizepräsident Al Gore. Krass. Von dem habe ich noch nicht gehört, dass der da mit dabei war. Dieser soll laut den Zeugen mehrfach in Epsteins Anwesen und auf seiner Insel gesehen worden sein. Das war so ein Klimawandel-Guy, ne? ...sich dort unter Umständen an illegalen Aktivitäten beteiligt haben. Das ist spannend, da Al Gore nach dem Ende seiner Vizepräsidentschaft von den Medien zu einem der wichtigsten Sprachrohre für Klimawandelpanik aufgebaut wurde. Ja, siehst du, wusste ich. Seine Vorträge und Dokumentationen wurden ab 2010 millionenfach veröffentlicht und insbesondere an Schulen als seriöses Lehrmaterial eingeschüttet. Hart in der Agenda mit dabei auf jeden Fall. Obwohl sich so gut wie alle seiner Prognosen als falsch herausgestellt haben. So behauptete er zum Beispiel, dass New York bereits ab Mitte der 2020er Jahre unter Wasser stehen werde, was offensichtlich nicht der Fall ist. Der war einer der Ersten, der diese Klimawandelpropaganda angeschmissen hat. Trotzdem wird er scheinbar immer noch dafür bezahlt, Klima-Alarmismus zu schüren. Ende Dezember warnt er auf CNN vor bis zu einer Milliarde Klimaflüchtlingen, wenn man nichts gegen die Klimakrise unternehmen würde. Im Anschluss legte er noch eine Schippe drauf und behauptete, dass wir eine weltweite mentale Gesundheitskrise erleben würden, weil die Klimakrise noch nicht gelöst sei. Digga! Was für Krise, 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 Gesundheitskrise, Klimakrise, Corona-Krise, immer Krise, immer schön den Leuten Angst machen, damit ihr auch schön kontrolliert und gesteuert werden können und ihr dann schön auf irgendwelchen Inseln mit irgendwelchen Minderjährigen rumspielen könnt, ihr ekelhaften Menschen. Teufelsbesessene, ekelhafte Menschen, ich schwöre es dir. Und dann im Internet und im Fernsehen und in der Regierung einen auf Moralapostel machen, weißt du, wie ich meine? Das ist so heuchlerisch, das ist so crazy heuchlerisch, das kannst du dir fast nicht ausdenken. Die Idee, das weltweite Wetter durch weniger Freiheit und mehr Steuern ändern zu können, gleicht einer mentalen Krankheit. Spannend ist doch aber, dass einer der lautesten Klima-Alarmisten gleichzeitig auch Verbindungen zu pädophilen Netzwerken hat. Ist so. Versuchen uns zu verkaufen, dass sie den Planeten retten wollen und vergehen sich gleichzeitig an Minderjährigen. Facts, Bro. Schön gesagt. Dabei dürft ihr es euch wenig überraschen. Bill Clinton auch mit dabei. Weißt du, wie ich meine? Also die ganzen liberalen, angeblich demokratischen, äh, 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 Leute so, weißt du? Dass Al Gore der Vizepräsident der Clinton-Administration gewesen ist. Der demokratische Ex-Präsident Bill Clinton wird mehr als 70 Mal in den bisher veröffentlichten Akten erwähnt und gehörte zu den engsten Freunden Epsteins. Das Krasse ist ja, dass das ja auch schon, das ist ja eigentlich schon länger bekannt. Aber wird da wirklich was getan? Nein. Diese Leute werden immer noch gewählt. Die Leute finden immer noch in Regierungen statt und sind überall mit am Start. So, und kein interessiert das. Normalerweise, wenn sowas, wenn sowas rauskommt, so eine ganze Insel, wo die mächtigsten Menschen der Welt, prominente Leute quasi hingehen und was mit minderjährigen Mädels haben, so, wenn sowas rauskommt, müsste eigentlich die ganze Welt brennen. Da müsste eigentlich eine Revolution stattfinden, meiner Meinung nach, so, weißt du? Aber die Leute sagen, komm, scheiß drauf. Gib mal ein Bier, ich setz mich auf die Couch, mein Leben ist eh gefickt, so. Was soll ich jetzt hier machen, so? Weißt du? Scheiß drauf. ...dutzende Male in seinem Privatjet mit auf seiner Insel nahm und der Clinton-Familie ausgedehnte Urlaube auf seinen anwesenden Florida und Texas spendierte. Laut den Zeugenaussagen hat Epstein mehrfach erwähnt, dass Bill Clinton eine Vorliebe für sehr junge Mädchen hat. Bill Clinton mag sie jung, sagte er gegenüber der Klägerin Johannes Joberg. Zudem ist gestern... Krass, Digga, der hat das einfach gesagt, Mann, Bro. ...gekommen, dass Bill Clinton die Journalisten des Medienhauses Vanity Fair erpresst hat, die ihnen vorliegenden Beweise über seine Verbindungen zu Epstein unter Verschluss zu halten. Mit was genau Clinton ihnen gedroht hat, ist unklar, doch wer die Geschichten rund um die Clintons gehört hat, wird wohl ahnen, was ihm blühen könnte. Schockierend ist, dass die Mainstream-Medien Bill Clinton sogar jetzt noch in Schutz nehmen. Weißt du, was ich meine? Verstehst du, was ich meine? Wohl gerade herausgekommen ist, dass sich der Ex-Präsident an jungen Mädchen vergangen hat. Hier zum Beispiel NBC News. Das ist wieder eine Sache, das zeigt, das ist jetzt wieder eine Sache, die hoffentlich manchen Menschen einfach die Anregung gibt, dass die endlich verstehen, was das für ein Matrix-Scheiß ist, was mit uns da durchgezogen wird. Dass Nachrichten, News komplette Verarsche sind, nicht zum Informieren, sondern damit wir uns danach richten, so, und die indoktrinieren uns, damit wir Sachen glauben, die nicht der Wahrheit entsprechen, so, dass die Menschen, die angeblich für uns sorgen sollen, pädophile Bastarde sind und was mit Kindern machen und so, die Menschen sollen endlich mal aufwachen, was diese ganzen Themen angeht, weil das ist auch eine Chance, weißt du? Und wer da immer noch seine Augen zumacht und sagt, es ist miese Verschwörungstheorie und so, ey, okay, mach das, alles schön und gut, weißt du, ich meine, mach was du denkst, mach das, was du für richtig hältst, aber ich glaube, dass diese ekelhaften Sachen, die gerade überall auf der Welt passieren, immer mehr Menschen dazu treiben wird, bewusster zu werden und irgendwann wird die kritische Masse erreicht sein und dann haben wir die Macht übernommen, mein Lieben, Freunde, ja, dann geht's weiter mit Liebe und alle Leute, die teuflisch sind, die, 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 die werden, die sind nicht mehr, die sind weg dann, so, die werden dann quasi mit Liebe bekämpft, wenn ich das so sagen darf. Ja, die Medien werden sich wegen Mitwässerschaft und gezielter Manipulation der Bevölkerung verantworten. Das ist auch, ich hab jetzt auch auf das Video reagiert zum, 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 zum Skandal, der in Deutschland stattgefunden hat, in den, ich weiß nicht genau, wann das war, ist auch nicht lange her, 30, 40, 50 Jahre oder so, mit diesem Candler-Experiment, weißt du, und leider ist das von YouTube noch nicht freigegeben worden, wird wahrscheinlich auch, ich werde es wahrscheinlich trotzdem hochladen, weil, da siehst du auch wieder, dass einfach eine Regierung da mitgearbeitet hat, kleine Kinder an Pädophile zu geben, um auf die aufzupassen, so, weißt du, was ich meine, und das ist ein von der Regierung gefördertes Projekt gewesen, die Leute, die das mit unterstützt und gepusht haben, sitzen heute in der deutschen Regierung, so, das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, was da passiert, weißt du, das ist, das ist, das ist so unmenschlich und das ist so offensichtlich auch, dass wir das einfach auch mal jetzt sehen müssen und dann auch mal handeln müssen und nicht mehr unsere Stimme abgeben an irgendwelche Menschen, die, I like that, nicht im Interesse haben, uns zu helfen, sondern im Gegenteil, uns zu schaden, so, weißt du, dass sowas überhaupt passieren kann, das ist so, das ist, das ist, das ist, das ist crazy. Doch Gore und Clinton sind nicht die einzigen demokratischen Politiker, die genannt werden, so sagen die Opfer aus, unter anderem vom ehemaligen Gouverneur des Bundesstaates New Mexico, Bill Richardson, missbraucht worden zu sein. Richardson sorgte bereits 2009 für landesweite Schlagzeilen, nachdem er rausgekommen war, dass er sich als Gouverneur im großen Stil von Unternehmen bestechen ließ und im Gegenzug millionenschwere Regierungs- Das sind die kriminellsten Menschen, die es gibt, so, die sind krimineller als jeder, die sind krimineller als jeder Gangster auf der Straße, so. Die, 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 die gehen über Leichen, über Millionen, über tausende Leichen, Menschen sterben und so, wegen diesen Leuten und die haben keine Ethik, keine Moral, die beten den Teufel an, so. Weißt du? Und das sind die Leute, die Entscheidungen treffen für uns, so. Das sind die Leute, denen wir angeblich vertrauen sollen. Das dürfen wir nicht mehr machen, so. Dürfen wir nicht. Träger an sie verteilt. Also auch hier eine Verbindung zwischen korrupten Politikern und pädophilen Ringen, was ja auch immer als Verschwörungstheorie abgetan wurde. Ist es nicht, das ist die Realität so. Ist da jeder involviert? Nein. Sage ich jetzt gerade, dass jeder so ist und dass jeder das als Intention hat und jeder so ein pädophiler, krimineller ist so? Sage ich nicht so. Sage ich aber, dass die meisten Politiker Dreck am Stecken haben, größeren Dreck am Stecken haben, als die meisten Leute im normalen Volk oder in der normalen Bevölkerung, in der normalen Menschheit hundertprozentig, so. Hundertprozentig, davon bin ich wirklich von ganzem Herzen überzeugt, so. Und deswegen dürfen wir diesen Menschen nicht mehr vertrauen und vor allem nicht unser Leben oder unsere Zukunft anvertrauen. Wir müssen in die Selbstverantwortung reingehen. Das ist die einzige Chance. Die linken Medien stürzen sich gerade auf den Fakt, dass auch Donald Trump in den veröffentlichten Dokumenten genannt wird. Spannend. Das ist crazy, so. Aber da geht es eigentlich nur darum, dass eine Olle befragt wurde, ob die auch was mit Trump hatte, glaube ich. Und die hat einfach Nein gesagt. Deswegen wird der erwähnt. Ich glaube, der war nicht auf der Insel. Aber was genau die Opfer über den republikanischen Präsidenten gesagt haben. So bestätigen sie nämlich, dass Trump nie auf Epsteins Insel war und auch nie seine Anwesen besucht hat. Und das, obwohl Epstein Anfang der 2000er in die gleiche Nachbarschaft in Florida gezogen ist. In den Dokumenten steht nur, dass Epstein eine junge Frau, die in Trumps Hotel Mar-a-Lago arbeitete, als Masseurin abgeworben und sich später an ihr vergangen hat, worauf Trump allerdings keinen Einfluss hatte. Tatsächlich erteilt er Epstein kurz darauf sogar Hausverbot, nachdem er mitbekommen hatte, dass er seine Mitarbeiter belästigt. Ansonsten wird nur erwähnt, dass Epstein gelegentlich Trumps Casinos in Las Vegas besuchte, ihn dabei allerdings so gut wie nie zu Gesicht bekam. Im Großen und Ganzen widerlegt dies die Gerüchte, die bezüglich Trump und Epstein vom Mainstream gestreut wurden. Stattdessen rücken andere Milliardäre in den Fokus, wie der Besitzer der Hyatt Hotelkette, Thomas Pritzker, der sich ebenfalls an den von Epstein kontrollierten Teenagern vergangen haben soll. Einer der Kontakte, der Epstein dabei half, Mädchen zu finden, war der Franzose Jean-Luc Brunel, der eine speziell auf junge Frauen ausgerichtete Modelagentur betrieb. Brunel wurde 2022 in Paris wegen Missbrauchsvorwürfen verhaftet und kurze Zeit später tot in seiner Zelle gefunden. Auch er soll sich angeblich, genauso wie Epstein, in seiner Zelle erhängt haben. Ach ja, was ein Zufall. Was ein Zufall. Die haben den gleichen Shit gemacht und sind beide gleich, auf die gleiche Art und Weise gestorben. Das ist ja crazy. Scheint fast so, als wenn jemand verhindern wollte, dass sie mit den Behörden kooperieren und gegen ihre Kontakte aussagen. Ebenfalls erwähnt für Trump. Ja. Gründer der Modekette Victoria's Secret, Leslie Wexner, der ähnlich wie Brunel Zugang zu minderjährigen Mädchen hatte, und so für Epstein wahrscheinlich von Nutzen gewesen ist. Doch Epstein hat seine Fühler auch in andere Bereiche ausgestreckt. So wissen wir, dass er Millionensummen an die Technische Hochschule MIT gespendet hat. Nun kommt heraus, dass Epstein seine Opfer dazu gezwungen hat, mit dem MIT- MIT-Professor Marvin Minsky zu verkehren, der ein Pionier im Bereich künstliche Intelligenz ist und diesen Begriff sogar als erster geprägt hat. Die meisten Beobachter des Falls schockt allerdings diese Enthüllung hier, mit der so sicher niemand gerechnet hat. In einer veröffentlichten E-Mail von Epstein an Ghislaine Maxwell fordert er seine Komplizin auf, durch Bestechung dafür zu sorgen, dass alle Informationen über Stephen Hawkins Besuch auf seiner Insel und seine Teilnahme an einer Orgie mit Minderjährigen vertuscht werden. Ja, darüber hinaus wird erwähnt, dass der weltbekannte Magier David Das ist schon crazy. Der saß doch im Rollstuhl die ganze Zeit und war quasi gelähmt, oder? Wie sollen so jemand an einer Orgie teilnehmen? Das ist schon komisch irgendwie, finde ich. Mehrfach mit Epstein zu Abend gegessen hat. Aber guck mal, durch was für Bereiche das sich alles durchzieht. Wenn das so stimmt. In einem Gespräch mit Virginia Joffrey erwähnte, dass er sehr wohl wisse, dass Epstein Leute bezahle, um junge Mädchen zu finden. Der Sänger Michael Jackson soll Epsteins Anwesende in Florida besucht haben. Und mit der genauso wie Leonardo DiCap. Das ist halt crazy, Mann, Alter. Das ist halt alles offizielle Medien schlachten das gerade aus und so. Es ist halt, wir wissen natürlich nicht, das müssen wir ganz klar so sagen jetzt hier auch nochmal, wichtig. Wir wissen natürlich nicht, was da wirklich dran ist, ne? So wie wir die Medien kennen, die Nachrichten kennen, ähm, ja, nutzen die das natürlich auch. Also erzählen die uns nicht immer, die komplette Wahrheit, so weißt du. Und deswegen können wir jetzt auch nicht davon ausgehen, dass in dem Fall quasi alles stimmt, was die Mainstream-Medien gerade erzählen. Und deswegen müssen wir da natürlich auch immer noch skeptisch bleiben. So. Und jetzt nicht, keine Ahnung, bei Michael Jackson, boah, fällt mir halt schwer so, weißt du. Weil auch genau das ja quasi auch genutzt wurde, um ihn zu diffamieren. Der lebt jetzt nicht mehr. Weiß nicht, aber ist es möglich, vielleicht, ja, bestimmt, wenn du da so viel Geld verdienst, wie die Leute, in Hollywood, in L.A., in den ganzen, in Washington, Politik und so. Ich glaube, da kommst du ganz einfach in solche Kreise rein. Ich glaube, da kommst, wirst du ganz, wirst du ab einem bestimmten Level mit so einem Shit konfrontiert, so, weißt du. Und das wird auch genutzt, glaube ich, wollte ich auch nochmal sagen, um diese Leute zu kontrollieren, weißt du. Die werden dann schön auf die Insel eingeladen, so, dann machen wir hier das, dies, so, dann wird das aufgenommen, versteckte Kameras, was auch immer. Und dann hat man diese Leute natürlich auch in der Hand. In der Hand, dann tanzen die auch nicht aus der Reihe, so, weißt du. Aber ein Jackson zum Beispiel vor seinem Tod, der ist schon hart aus der Reihe getanzt, wenn ich das so sagen darf. Cameron Diaz und Naomi Campbell, zu den zahlreichen Stars gehört, die Epstein ins Netz gegangen sind. Und diese Bezeichnung trifft es ganz gut, denn man muss sich fragen, was die tatsächlichen Absichten von Epstein gewesen sind. Wollte er lediglich Promis und Politikern aushelfen, ihre düsteren Triebe auszuleben? Nein, hier ging es um etwas ganz anderes, und das kommt langsam aber sicher auch im Mainstream an. Die Daily Mail berichtet, dass mehrere ehemalige Geheimdienstmitarbeiter, darunter der israelische Agent Ari Ben-Menasche, behaupten, dass Epstein für den israelischen Geheimdienst Mossad gearbeitet hat. Das habe ich schon öfter gehört. Dabei soll er prominente Persönlichkeiten angelockt, bei ihren Straftaten gefilmt, anschließend erpresst und so zu Marionetten des Mossad gemacht haben. Was ist das, was ich meinte? ...zupasst, dass Robert Maxwell, einer der größten britischen Medienmogule, na, das ist der, der, äh, das ist der Vater von Ghislaine, ne? ...und der Vater von Ghislaine Maxwell, nachweislich als Mossad-Spion gearbeitet hat. Mossad, ganz, ganz wilde Geschichte, Digga. ...belegen die jetzt für... ...generell Israel, so was... ...nichtendokumente, dass sich der ehemalige israelische Premierminister, Ihud Barak, mindestens 36 Mal mit Epstein getroffen hat. ...zupf, krass. ...2015 und 2017 sollen sie sich sogar jeden einzelnen Monat getroffen haben. Der Gateway-Pundit schlussfolgert ebenfalls, dass Epstein eine sogenannte Honeypot-Trap, eine Honigtopf-Falle betrieben hat und zahlreiche amerikanische Politiker unter seiner Kontrolle gehabt haben dürfte. Doch es betrifft... Crazy. ...nicht nur die USA, wie Patel Patriot auf Twitter hervorhebt, geben die Opfer an, auch an ausländische Staatsoberhockter verliehen worden zu sein. Und ich erinnere daran, dass Epsteins Opfer Sarah Ransom vor einem Jahr bestätigt hat, dass Epstein seine unwissenden Gäste filmte und sie selbst im Besitz von Kopien dieser Bänder sei, die sie an sicheren Orten in ganz Europa verteilt habe und in Zukunft öffentlich machen wolle. Bahnt sich hier... Das ist wild. ...etwas viel Größeres an. Ich finde vor allem auch das Timing spannend. Jetzt, da Israel immer stärker an die Kritik gerät, berichtet der Mainstream plötzlich darüber, dass Epstein für den israelischen Mossad gearbeitet hat. Natürlich müssen all die Täter zur Rechenschaft gezogen werden. Doch ich persönlich glaube nicht, dass das passieren wird. Auf keinen Fall. Biden und die Demokraten... Aber die lassen auch Israel nicht fallen, auf keinen Fall. ...an der Macht sind. Wichtig ist allerdings, dass die Menschen begreifen, wie der tiefe Staat arbeitet. Dass hier sündhafte Menschen angelockt, und anschließend zu erpressbaren Marionetten gemacht werden. Denn nur wer das versteht, wird die kommenden Ertüllungen als Wahrheit annehmen können. Die Frage, wie es sein kann, dass sich so viele Menschen an solch einem System beteiligen, wird hier frühzeitig geklärt. Und das sicher nicht ohne Grund. Auf jeden Fall ist das ein bemerkenswerter Auftakt des Wahljahres 2024 und zeigt uns, in welche Richtung sich das Geschehen entwickeln wird. Ich bleibe auf jeden Fall weiter für euch am Ball und berichte über die nächsten Chargen an Dokumenten, die kommende Woche veröffentlicht werden. Zum Abschluss... Ist bald soweit, ne? Das Video ist vier Tage her. ...möchte ich mich bei den Unterstützern meines... Das ist crazy. Spannende Geschichte auf jeden Fall. ...als bedanken, ohne die ich diese Arbeit nicht machen könnte. Ich habe mich gezielt gegen Sponsoren und Werbepartner entschieden, da es meistens die finanziellen Abhängigkeiten sind, über die dann eingegriffen wird. Deshalb bin ich... Facts. ...dankbar über jeden... ...habe ich an der eigenen Haut gespürt. Machst du gut so. ...Stützer aus der Community, der mir hilft, das Projekt am Laufen zu halten. Ja, falls ihr einen Beitrag senden möchtet... Ich küsse dein Herz, Lion. Gut zusammengefasst. Crazy. Was soll ich dazu sagen? Wir haben unseren Senf dazu abgegeben. Ich liebe euch, Freunde. Schreibt eure Gedanken dazu, wie immer, unten in die Kommentare rein. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin. Schön achtsam bleiben. Schön kritisch bleiben. Lasst euch nicht verarschen. Und kümmert euch vor allen Dingen um euch selbst. Und um eure eigene Spiritualität. Eure Liebe. Und lasst euch auch von diesen ganzen Informationen, die rauskommen, nicht zu krass verwirren und euch ablenken oder miserabel machen oder irgendwie in die negative Schwingung rein verfrachten. Weil das ist auch mit ein Ziel, was verfolgt wird. Dass wir alle nicht mehr daran glauben, dass die Welt noch in eine bessere Richtung geht. Aber wir können alle was verändern, indem wir uns selbst verändern. Ich liebe euch. Bis zum nächsten Video. Peace out. Gang.